Also wenn ich an meinem Handy bin, dann gehe ich gerne auf Snapchat und Snappe oder ich mache Selfies und da benutze ich immer Retikia, weil da gibt es voll coole Effekte und ich schreibe auch mit meinen Freunden über WhatsApp und ich spiele auch sehr gerne, gerade bin ich einfach unverbesserlich und es macht mir Spaß und wenn ich an meinem Handy bin, dann spiele ich gerne Clash of Clans und Heyday. Ich gehe auch oft auf WhatsApp und schreibe mit meinen Freunden, worüber wir uns dann treffen meistens. Also wenn wir uns treffen, verabreden mir ist über WhatsApp und ich gehe auch auf YouTube und schaue mir Videos an, auch Serien und gehe auch ganz oft auf Google und wenn ich am Computer bin, was ich selten bin, gehe ich eigentlich in Google oder spiele Spiele und auch auf YouTube und höre Musik. Also auf dem Computer gehe ich manchmal auf Spielraffe und da spiele ich Feuer und Wasser und manchmal auch auf verschiedenen Seiten, also manchmal auf Togo oder so. Ich spiele gerne mit meinem Handy, spiele ich gerne Mädchenspiele, zum Beispiel man kann jemandem die Haare frisieren, dem andere Klamotten anziehen oder denjenigen schminken. Ich gehe auch ganz oft auf YouTube, gucke Babys Beauty Palace, Lion TV, die Außenseiter und auch Dagi Bee und ich gehe auch ganz oft in WhatsApp und schreibe mit meinen Freundinnen. Ich telefoniere auch ganz oft mit ihnen. Oder ich frage manchmal meine Mutter, ob ich mit ihrem Handy in Facebook darf. Bin ich öfters bei WhatsApp, gucke mir von Babys Beauty Palace zum Beispiel, von Lion TV oder von den Außenseiter Videos. Gestern habe ich zum Beispiel noch Stay von Rihanna probiert auf Klavier zu spielen. Und also ich mache das halt öfters, dass ich halt irgendwelche Noten finde und die dann versuche zu spielen. Und bin halt ständig auf YouTube, gucke irgendwelche Filme, zum Beispiel Fakke Goethe. Ja. Und ja. Was machst du denn am Computer? Also am Computer bin ich manchmal an Movistar Planet, wenn ihr es kennt. Ja. Weil mir meine Cousin einen Account erstellt hat und hat mich VIP gemacht und dann ist es beleidigt, wenn ich jetzt nicht nutze. Und ähm, ja, dann gehe ich meine, also gestern war, also wir haben gestern noch so bei, ähm, wir waren gestern bei BeFunky, das ist so eine App, wo man Videos bearbeiten kann. Und das habe ich gestern auch auf meinem Handy probiert und dann habe ich auch ein paar Fotos bearbeitet. Guck mal nicht mehr Schuhe für mich, Sachen bei Amazon und und dann ist ja. Hahaha. Bittem, 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 Bittem. Biddo, Biddo, Biddo. Bittem, 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 Bittem. Bittem, 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 Bittem. Vielen Dank.